Das bewusste Atmen Eines der Werkzeuge, um im gegenwärtigen Augenblick zu sein, ist das bewusste Atmen. Einfach atmen und mir bewusst sein, dass ich atme. Wenn ich mir meines Atems vollständig bewusst bin, dann kann ich nirgendwo anders sein als im gegenwärtigen Augenblick. Sie können das selbst erfahren. Ergreifen Sie die Gelegenheit, setzen Sie sich bequem hin und legen Sie eine Hand auf Ihren Bauch. Während Sie einatmen, spüren Sie, wie sich Ihr Bauch hebt. Während Sie ausatmen, spüren Sie, wie sich Ihr Bauch zusammenzieht. Ein Aus Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit von Ihrem Denkprozess zu Ihrem Atem. Seien Sie einfach bei Ihrem Atem. Wenn Ihre Gedanken zu wandern beginnen, betrachten Sie dieses Wandern als eine leise, sanfte Glocke, die erklingt, um Sie wieder zu Ihrem Atem zu führen. Kehren Sie einfach zu Ihrem Atem zurück. Mit jedem bewussten Atemzug wissen Sie, dass Sie im gegenwärtigen Augenblick leben. Dass Sie Ihre Fähigkeit, in Achtsamkeit zu leben, weiterentwickeln. Achtsamkeit bewirkt nicht automatisch, dass mich weniger Gedanken und Erinnerungen bestürmen. Aber Achtsamkeit erlaubt mir, in einer harmonischeren Beziehung zu Ihnen zu leben. Meiner Konditionierung, weder verhaftet zu bleiben, noch sie zurückzuweisen. Wenn ich nicht erkenne, dass Gedanken nur Gedanken sind, kann ich mich leicht in der Illusion verfangen, dass meine Gedanken Realität sind. Das ist der Kern der Meditation, bewusstes Atmen. Indem ich mich auf den Atem konzentriere, werde ich zum Beobachter meiner Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen, an denen ich weder hafte, noch sie zurückweise. Das ist die Praxis, die zu Befreiung und zu Frieden führt. Der Atem ist fühlbarer Ausdruck unseres inneren Lebens, Brücke zwischen Körper und Geist. Wenn wir lernen, auf unseren Atem zu achten, beginnen wir zu meditieren. Der Atem sagt uns, dass wir leben, gibt uns inneren Frieden und bringt uns ins Hier und Jetzt zurück. Wenn wir unseren Atem betrachten, werden wir uns des Körpers und seiner Wechselbeziehung mit der Welt bewusst. Wenn wir jeden Tag etwas Zeit dem bewussten Atmen schenken, wird sich unsere Gesundheit verbessern und es wird mehr Ruhe in unser Leben einkehren. Einatmend weiß ich, dass ich einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich ausatme. Das Objekt unserer Achtsamkeit ist unser Ein- und Ausatmen. Wir identifizieren unser Einatmen als Einatmen und unser Ausatmen als Ausatmen. Wir können sagen Ein- und Aus, während wir Ein- und Ausatmen. Diese Worte sind keine Konzepte. Sie sind Instrumente, die uns helfen, unsere Achtsamkeit zu halten. Wir beobachten die Wirklichkeit unserer Einatmung während ihrer ganzen Dauer. Wir bleiben in dieser Zeit ganz mit unserem Atem zusammen. Wir müssen keine zusätzliche Anstrengung unternehmen, um in unserem Denken innezuhalten. Wenn wir uns hundertprozentig auf unser Einatmen konzentrieren, dann wird sich das Denken von ganz alleine beruhigen. Wir genießen einfach unser Atmen. Wenn die Praxis angenehm ist, wird Konzentration ganz einfach und tiefe Einsicht wird möglich. Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht gehen immer Hand in Hand. Die Atmung geschieht ganz von selbst. Entzünden wir lediglich das Licht der Achtsamkeit dafür und beleuchten wir damit unseren Atem. Wir modifizieren unseren Atem nicht, wir lenken ihn nicht oder geben ihm die Form, von der wir glauben, dass sie die richtige oder dass sie erwünscht sei. Wenn unser Einatmen kurz ist, lassen wir es kurz sein. Wenn unser Ausatmen lang ist, dann lassen wir es lang sein. Nach einigen Minuten der Praxis werden wir eine Verbesserung in der Qualität des Atmens wahrnehmen und ein Gefühl des Wohlbefindens wird sich einstellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017